Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim with Mods. Ja, wir sind letztens, nachdem unser lieber Erzkanzler gestorben ist, hier nach Labyrinthian gegangen und haben direkt diese Walkük Ruine entdeckt. Und da man die auf der Karte sonst nicht mehr weiß, ob man die gemacht hat oder nicht, schieben wir direkt mal die ein und fangen damit an als kleiner Umweg zur Hauptquest der Magier. Oh, ein Reaper Overlord. Den ist nicht zu scherzen. Haben wir nicht irgendwo eine Lähmung? Entschuldigung, fiese Lache, ich weiß aber, muss das sein. So, wir machen das nämlich jetzt so, wir schlagen jetzt einfach mit dem Deutsch auf den ein. Darf man die an... das hat er nicht genommen. Und setzen aber ein Lamp of Mara ein und dadurch heilen wir uns in den Schaden, den wir machen. Und ihr seht, das ist auch bitter nötig. Der Kollege kann nämlich ganz schön zuhauen. Ich wollte eigentlich nicht schleichen. Oh, wir gehen gerade nicht aus den Schleichen, das ist auch aus den Heter. Ja, das ist ja das Tolle an unserem Deutsch, dass er die Gegner in die Luft heben kann. Da zur Not einfach mal auf den Affahren. Okay. Oh, ja, der Trupp gut. Ist allerdings auch ein starker Gegner, muss man fairerweise sagen. Allerdings, die Rüstung kann er sich sparen. Die ist nicht toll. So, was haben wir denn hier? Ach, wisst ihr was? Ich mache mal für euch ein bisschen Licht. Dann sehen wir alle mehr. Was? Das war's schon? Okay. Da sind wir schon sehr kleine Ruine. Das ist bestimmt noch ein Nebenraum, das kann nicht die Hauptruine sein. Wenn, hätte ich da maximal ein Höhlen-Symbol gemacht. Okay. Das ist eigentlich alles ganz gut zu verkaufen. Ja gut, dann gehen wir jetzt hier wieder raus. Ich muss noch kurz gucken. Fällt mir so schwer zu glauben. Ha. Interessant. Auf der Karte wird gar nichts angezeigt. Naja, gut. Sei's drum. So. Ja, das war auf jeden Fall nicht die Hauptruine. Das zeige ich uns auf jeden Fall noch da oben. So. So. Irgendwer sieht mich. Irgendwer sieht mich. Oh. Verdammt. Bitte nicht einer, der einen sofort killt, sondern nur einen, weil er betäubt. Okay, er betäubt noch. Ich brauche eine Lösung. Kann ich dich lähmen? Nein, du bist immun gegen Lähmung. Okay. Okay. Also, ich will auf jeden Fall weg von dir. Äh, irgendwas müssen wir in der Gegend schmeißen. Hier spielen wir in der Gegend. Hier spielen wir in der Gegend. Zeitgleich nehmen wir unseren Dolch. Versuchen ihn auch ein bisschen, ähm, mit Lamm vom Mache abzuziehen. Okay, halten wir uns erst noch mal hier. So, das reicht, der stirbt eh. Äh, die Animation, wie der läuft, ist allerdings cool. Hä, du lebst ja schon wieder. Wollt ihr mal noch. Boah. Ja, das könnte das Ende sein. Ne. Ah, jetzt sieht man. Dramans Gerät und Rot. Wow, Wahnsinn. Huch, eigentlich wollte ich das nicht direkt mitnehmen. Ich wollte also gucken, ob es in den Läder ist, aber egal. Jetzt haben wir es. Ich habe den nicht gesehen. So, dann hier links um die Ecke liegt noch der andere, ne? Genau, Drachen Schuppen, toll. Drachengurst und bringt Haufen Kohle. Heute beholt er, konnte ich mir jetzt noch ein bisschen hinhalten. Jetzt war es auch nicht krass viel, aber... So, bis zur Treppe können wir auf jeden Fall, denn da waren wir schon mal. Jetzt wird es auch noch so komisch neblig hier. Neblig, dunkel, Schneefall. Perfekt, um nichts zu sehen. Ich hoffe, dass jetzt nicht gleich die ganze Gruppe von denen kommt. Das sieht aber erst mal nicht so aus. Zumindest nicht draußen. Vergessenes Wahlkück. Achso, das eine war Wahlkück. Das ist das Vergessen. Okay. Okay. Oh, guck mal, was uns hier erwartet. Okay. Oh, da schlafen sie. Okay. Das Problem ist, können wir die gucken, ob das reicht. Leider nicht. Wir müssen die offenbar erst wach machen. Wenn jetzt, wenn wir die einmal mit dem Bogen treffen, jeweils. Er lädt jetzt durch die Sache relativ schnell. Trauger Tod ist fast klar. Was, ob ich jetzt getroffen habe? Trauger Geisel, okay. So, die kriegen jetzt schön Schaden. Solange der Kampf andauert. Und jetzt sollt ihr hier wohl als Gegner aktiv sein. Guck mal, Evil Twin. Ja. Hey, du früchst mich doch nicht. So lange war ich noch leben, lohnt sich das. Weil durch unseren Debuff, durch unsere Verzauberung, sterben wir mit der Zeit. Wir müssen nur genug Zeit rausschinden. Das ist ein sehr fairer, unfairer Kampfstil, ich weiß. Aber ich spiele Magier, ich darf unfair sein. So. Wieder ein paar Freunde gefunden. Ah, da fällt mir ein, wir haben ja noch von, die Aufgabe von Chesar, seine komischen Rollen gegen Untote verwenden sollen. Verstehe. Allerdings, Problem, dann kommen wir nicht mehr raus, ne? Egal. Wird schon irgendwo wieder rausgehen. Wäre sehr verprogrammiert, wenn es keinen rausgebe. Ja, hätte ich vorhin mal gespeichert, Pech gehabt. Nein, das wird schon keiner machen. Guck mal, neulich auf den Weg raus. Obwohl, ist ja vielleicht wieder irgendeine Kette an der Wand. Weil ja ganz offen diesen Traugerruinen, dass ja Ketten an der Wand sind. Mit denen sich dann irgendwelche Türen öffnen lassen. So, okay. Das ist dann hier der Raum, wo wir gerade waren. Die beiden genächtigt hatten. Joa, ist nicht schlecht alles. Sogar sehr gut. Ne, ne, ne. Wie viele Waffen liegen hier? Allerdings keine guten. Na, schauen wir mal, wie es weitergeht. Karotten brauchen wir nicht. Gold kann man auch gebrauchen. Sieht nach einem großen Raum aus. Hier werden bestimmt dann welche kommen. Da sind zwei Stück. Wir machen jetzt mal was gefährliches. Es geht leider nicht anders. Oder? Ne, wir versuchen es anders. Das erste Mal machen wir Healing Blossom auf jeden Fall. So, und rechts haben wir glaube ich ja noch, dass wir unsere Illusionen machen, ne? Evil Twin. Gut. Und links legen wir uns jetzt mal von Chisar diese blöde Schriftrolle hoch. Dann haben wir die nämlich auch mal los. Hi. Okay, Prost. Die hat schon mal funktioniert. Boah. Chilt. Und jetzt haben wir die Strategie. Jetzt nehmen wir dann so ein Dolch kombiniert mit Lamm von Mara. Ich glaube, wir schauen mal an. Ich bin der Vorstand. Ich bin der Vorstand! Ich bin der Vorstand. Ich bin der Vorstand. Ah! So, der ist hin. Toll, hab ich nicht getroffen, ne? So, jetzt aber. So. Auch dieses Problem gelöst. Ebeneratschwert, auf jeden Fall, wenn ich es tragen kann. Äh. Drogo Overlord, das ist der hier, gut. Wie können die nur so schlechte Rüstung tragen, so viel aushalten? Naja, gut. So, den haben die Illusionen umgebracht. Ja, das ist ja noch an der Grenze, nee, machen wir mit. Ja, wir haben einen Zweifelsfall immer rechts halten. Ich versuche mal ein bisschen mit Kerzenschein, den Tag zu erhellen wieder. So grob sind, sind wir so dunkel. Okay. Pfeil fallen. Auf den Schalter. Gehen wir dran vorbei, einfach. Leerling, das sollte nicht das Problem sein. Nein, das war nicht das Problem. Ah ja, das war das Problem. Egal. Rein mit uns, die Pfeil treffen uns dann nicht mehr. Dann werden die bisschen schießen, machen wir hier alles leer. Nee, der Holzteller nicht. Da kommt doch schon jemand. Sag mir mal, hallo, hi, wo bist du? Mein Gott, der Läscher war Zeit. Eigentlich auch komisch in der Geschichte. Wir sind der Auserwählte, der die Macht des Wortes hat und Schreie lernen kann. Aber die ganzen Trauer brüllen uns auch permanent an. Die ist schon ein bisschen komisch. Das dürfte ein Lort sein. Polit war doch der, der auf die Entfernung schneller wurde, natürlich deutlich und stärker. Das heißt, irgendwann kommt der Kollege hier rein und knallen wir ihn im Bolid am Kopf. Ich hoffe, das funktioniert. Ah ja, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Okay. Ich habe mir das gerade nicht funktioniert. Hä? Okay. Ich glaube, mein Bordement ist gerade etwas buggy. Dann machen wir so die alten Römer. Oh, die haben alle Ebenherzbögen, wenn sie einen dabei haben. Das ist nicht schlecht. Kavi Kerzenschein. Tollkirchen? Ja. So. Huch, hier geht es tief runter. Okay. Nicht ganz so schnell laufen, also. Okay. Fang auf, sie hat Arad. Das sieht immer, sieht toll aus, aber ich weiß nicht, wann man damit soll. Ich lagere die momentan immer. Weil ich das Gefühl habe, dass sie wichtig sind, aber das war es auch schon. Ja, wie ihr seht, sind wir alle konventionellen Wege gegangen. Gibt es noch einen, ne? Wir können jetzt Stück für Stück da runter gehen. Ich mache trotzdem mal eine Blockzone. Dann dürfte nämlich eigentlich nichts passieren. Gut. Es sei denn natürlich, man landet nicht ganz unten, sondern hängt sich nochmal an so einem Ding fest. Wir kommen ja eh nicht mehr raus. Von daher ist es jetzt auch egal, dass wir hier sind. Das sieht genau aus, wie der abschnittliche Krater hier hatten. War auch so eine Kiste. Vielleicht hat man die einfach nur rauskopiert. Ach, nee. Ach. Ah, okay. Wir sind wieder, jetzt sind wir wieder draußen. Okay, alles klar. Wir sind da, wo wir vor uns reinkommen sind. Das ist der Ausgang. Alles klar, ich verstehe. So, jetzt lasst uns mal auf die Karte guckseln. Nee, die größere. Okay. So. Der Trach ist mir jetzt ein bisschen zu weit weg. Lass uns jetzt versuchen, den Eingang in Labyrinthion zu finden. Das ist ja doch eine ziemlich große Anlage hier. Also, wir müssen uns mal einfach gucken auf die Karte. Angeblich geradeaus und dann links. Das ist ein Trache. Der liegt, glaube ich, genau in die Richtung, wo wir lang müssen, weil das hier scheint mir sowas wie eine Ahnhalle zu sein. Offenbar auf jeden Fall der Eingang nach Labyrinthion. Keine tausenden brutalen Wachen, die mich all mit Einschlag töten. Nein? Servus, Ahren. Alles okay. Kein Feind. Los, wir sind endlich da. Verkäuben wir keine weitere Zeit. Sind wir uns wörtlich sicher, dass das eine gute Idee ist? Wir werden wieder an der Akadomie sein, bevor überhaupt jemand merkt, dass wir fort sind. Natürlich ist euch das wichtig. Ihr seid ja auch der Liebling des Erzmagiers. Vergesst nicht, dass die ganze Sache ursprünglich Akmas Idee war. Gehen wir einfach rein und sehen uns um. Sie war also schon mal hier. Okay. Findenstaff des Magnus. Dahinter sind auf jeden Fall irgendwelche Sachen. Kleinwind. Könnt ihr euch Ihren Gesichtsausdruck vorstellen, wenn wir zurückkommen? Ihr scheint ja fest davon überzeugt zu sein, dass wir da drin was Nützliches finden werden. Verzauberte Waffen, Bücher mit altem Wissen, Charlydors Geheimnisse. Wer wusste schon, was wir finden konnten? Und was, wenn, wenn da Dinge sind, die diesen Ort bewachen? Gegen sechs an der Akademie ausgebildete Magier? Ich glaube, wir werden keine Probleme haben. Okay. Frage aller Fragen, da sind sie draufgegangen? Das sind mehr als sechs Skelette. Ich zähle acht. Ich habe einen da übersehen, habe sogar neun. Aber im Wasser liegen auch noch ein paar, also deutlich mehr liegen hier. Und sie wollten alle raus. Sind auf dem Weg nach draußen gestorben, nicht auf dem Weg nach drinnen. Zauberbuch, Eisenholt, Chemischer. Na denn. Erstmal aufmachen die Tür, man kann ja immer noch rausgehen. Okay. Bombardement. Bin da. Hm? Da ist hier zwei. Ne, der macht nur einen großen Fleck. Okay. Naja, ist schon interessant. Prinzipiell wird er auch böse sein. Ich freue mich dabei sehr auf den nächsten Teil von Seattle Scrolls. Wie ich mir vorstelle, das Spielprinzip mit geilerer Grafik, eventuell sogar wirkt mit Raytracing etc. pp. Wird ganz nett, wenn das denn kommt. Ist ja noch alles nicht ganz sicher. So. Was? Wir hätten nur eine gewisse Zeit, das heißt, okay, wir gehen rein und sind an Futter. Hi. Ganz ehrlich, ich fürchte euch nicht. Evil Twin rechts und... Wie ist es denn? Sidestone ist es. Okay. Da ist ein Knochendrache. Ich fürchte euch doch. Das ist ein Knochendrache. Oh, hauaha. was okay wie ihr gesehen habt das spiel ist hier abgebrochen dann muss ich jetzt kurz hier auch abbrechen verdammt so ich hab mal kurz pause gemacht wir sind jetzt an der stelle wo wir gerade waren ich musste leider einen kurzen cut machen weiter spiel abgestürzt war warum weiß ich nicht genau aber wir sind jetzt gerade noch mal genauso weit ungefähr ich habe jetzt schon behörde beschworen und jetzt versuchen wir den drachen loszuwerden was trifft mich denn ist der wie hoch oder gegen mich ein eigener wie hoch oder schießt du mich kommen noch von freunde hier hat okay das war hinter mir hinterher auf die geschossen entschuldige verzeihung okay ja es war mir schon passiert dass irgendwie ein monster von mir korrumpiert wurde sage ich mal und mich da angegriffen hatte ich dachte das wäre jetzt wieder passiert das wiegt okay das ist jetzt die stelle wo ich mal einen cut machen werde und ja ich gehe natürlich verkaufen und beim nächsten mal machen wir dann so frisch und munter weiter dass sie direkt hier starten können ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit würde mich über ein like freuen und ansonsten sage ich bis zum nächsten mal und macht nicht gut macht es besser und mögen die gaminggötter mit euch sein tschüss